Grüß Gott und herzlich willkommen zur fünften Online-Lerneinheit zur Didaktik der Geometrie. Heute beschäftigen wir uns zunächst noch einmal mit geometrischen Modellen, das heißt mit der etwas diffizilen Unterscheidung zwischen Darstellen, Modellbilden und Konstruieren. Im zweiten Teil geht es dann um die Ähnlichkeitsgeometrie, das heißt wir werden uns ansehen, was es mit Ähnlichkeit und Strahlensätzen auf sich hat und wir beschäftigen uns auch mit dem Satz von Pythagoras und der Kreismessung. Im dritten Teil geht es dann um Körper, also um räumliche dreidimensionale Geometrie. Dafür bin ich aber leider kein Experte. An dieser Stelle übernehme dann ich also ein 3D-Modell und es wird dort unter anderem gehen um räumliche Vorstellung, es wird gehen um Körperbegriffe, also Begriffe für geometrische Körper und schließlich wird es auch um Volumensberechnung gehen. Jetzt ist mal genug mit der Spielerei. Ich erinnere zu Beginn noch mal an die Leerstoffangabe bzw. an den Teil davon, der heute Thema ist. Zuvor, wie angekündigt, aber noch der Versuch, das, was ich in der zweiten Lektion zu geometrischen Modellen gesagt habe, mit dem Lehrplan und den Standards in Einklang zu bringen. Für das Erstellen geometrischer Modelle dreidimensionale Objekte verwendet die Leerstoffangabe insgesamt vier verschiedene Formulierungen. Skizzen soll man anfertigen, Zeichengeräte zum Konstruieren von Schrägrissen gebrauchen, Maßstabzeichnungen anfertigen und Gegenstände, die wie Prismen oder Pyramiden ausschauen, soll man zeichnerisch darstellen. Jetzt kann man sagen, da haben die Lehrplanerstellenden halt den Thesaurus angeworfen, damit da nicht immer dasselbe steht oder man vermutet unterschiedliche Aktivitäten hinter den Formulierungen. Dem Erstellen geometrischer Modelle sind in den Standards M8 jedenfalls verschiedene Handlungen zugeordnet. Modellbilden wird im Wesentlichen so verstanden, dass zu realen Gegenständen erst geometrische Modelle, also vereinfachte geometrische Modelle gesucht werden und gegebenenfalls dann auch zeichnerisch zu Papier gebracht. Darstellen meint dieses Zu-Papier-Bringen geometrischer Modelle. Der Schwerpunkt liegt dabei, mit Parsüß gesagt, auf der Zeichnung, nicht auf der Figur. Also der Schwerpunkt liegt auf der Zeichnung, die geometrischen Figuren werden dabei allerdings als Gestaltungselemente benutzt. Wobei eben immer nur Annäherungen an die ideal gedachten Figuren zustande kommen. Konstruieren ist dann eigentlich ein Spezialfall von Darstellen. Wir wählen spezielle, uns gut bekannte Werkzeuge aus und verwenden diese auch nur nach ausgewählten Regeln. Die Konstruktion ist dann immer mehr als nur die Zeichnung. Es ist der ganze Prozess im Blick und muss gegebenenfalls auch dazu notiert werden, weil wir aus den in der Konstruktion genutzten Zusammenhängen von Teilelementen der Figuren, die wir da dargestellt haben, dann auch auf neue Zusammenhänge schließen wollen, also Sätze finden und begründen. Wir können geometrische Modelle aber auch nur zeichnen, skizzieren, sogar ganz ohne Werkzeuge. Das sind dann aber eher keine Konstruktionen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an dieses Bild aus der zweiten Lektion. Beim Modellbilden geht es vor allem darum, sich ein geometrisch strukturiertes Bild von der Welt um uns zu machen. Beim Darstellen nutzen wir gedachte ideale Figuren, um strukturierte Zeichnungen zu erstellen. Beim Konstruieren sind die Figuren dann selbst Studienobjekte. Wir erstellen zwar auch Zeichnungen, aber an diesen wollen wir, anders als beim Modellbilden, nicht etwas über die Welt um uns erfahren, sondern über die Figuren als ideale Objekte in unseren Köpfen. Ein Thema, das eng mit dem Darstellen verbunden ist, aber auch mit dem Argumentieren und Begründen, ist dann die Ähnlichkeit. Das erste Mal begegnen Lernende dem Thema indirekt bei Maßstabszeichnung. Maßstäbliches formtreues Verkleinern bzw. Vergrößern von Zeichnungen und Figuren wäre nämlich ohne Ähnlichkeit gar nicht möglich. Wirklich Thema ist die Ähnlichkeit dann in der dritten Klasse. Da Ähnlichkeit eine Verallgemeinerung von Kongruenz darstellt, ist vielleicht nicht verwunderlich, dass es auch hier wieder zwei Zugänge gibt. Euklidisch bzw. figürlich orientiert nennt man Figuren ähnlich, wenn entsprechende Winkel gleich groß und entsprechende Seitenlängen jeweils im gleichen Verhältnis zueinander stehen, also zum Beispiel alle im Verhältnis 1 zu 2. Nicht gut zum aktuellen Curriculum passt die Bestimmung über Ähnlichkeitsabbildung. Sie ist hier auch nicht ganz so eingängig wie bei der Kongruenz als Deckungsgleichheit. Was nicht heißen soll, dass diese Abbildungen nicht vorkommen, sie finden sich beim Thema Figuren vergrößern und verkleinern durchaus in der dritten Klasse, wo dann auch ein Konstruktionsverfahren vorkommt, nämlich für zentrische Streckungen. Die Basis eines figürlichen Zugangs zur Ähnlichkeit stellen die Strahlensätze dar. Eine Begründung der Strahlensätze ist nicht ganz einfach, lohnt aber insofern, als sie Ähnlichkeit durch Konkurrenz erklärbar macht. In der heutigen Lektion will ich mal an verschiedenen Stellen GeoGebra für Dinge benutzen, die wirklich von einer dynamischen Visualisierung profitieren. Dazu gehört die Begründung der Strahlensätze. Ich fange mit einem einfachen Fall an. Ich habe hier unten zwei Parallelen eingezeichnet und ich gehe mal davon aus, dass hier unten ein Verhältnis von 1 zu 2 besteht. Ich will jetzt zeigen, dass hier oben auch ein Verhältnis von 1 zu 2 besteht. Jetzt zeichne ich mir mal zwei Hilfslinien ein. Diese Hilfslinie soll Parallele zu dieser Gerade sein durch diesen Punkt und diese Linie soll eine Parallele sein zu dieser Gerade durch diesen Schnittpunkt. Jetzt sieht das schon so aus, als wären diese beiden Dreiecke bzw. sogar alle vier Dreiecke hier zueinander kongruent. Und dann wäre ich schon fertig, weil dann hätte ich hier oben wieder 1 zu 2, weil ich ja zwei kongruente Dreiecke da habe und bei kongruenten Dreiecken wären ja diese beiden Strecken gleich lang, also das Verhältnis insgesamt 1 zu 2. Ich zeige Ihnen jetzt die Beweisfigur. Hier hatte ich gesagt, das erstelle ich als Parallele, also insbesondere diese Strecken. Und damit sind die Dreiecke nach Winkelseite Winkel konkurrent. Und diese beiden Winkel sind auch Stufenwinkel, weil es ja auch wieder eine geschnittene Parallele ist. Diese Strecken hier sind gleich lang, weil ich gesagt hatte, dass diese zwei Geraden parallel sind. Und so Verbindungsstrecken auf parallelen Geraden, zwischen parallelen Geraden, da hatten wir ja schon gesehen, dass das ein Parallelogramm ergibt. Also auch die Seiten jeweils gleich lang sind, also insbesondere diese Strecken. Und damit sind die Dreiecke nach Winkelseite Winkel konkurrent. So, jetzt ändere ich das mal hier unten. Ich mache hier mal ein anderes Teilverhältnis. Jetzt hätte ich das Teilverhältnis 1 zu 6. Da kann ich aber genau dasselbe Spiel machen. Ich habe nur einfach mehr Parallelen. So, jetzt will ich vielleicht auch nicht 1 zu 6 haben. Ich könnte hier zum Beispiel 3 zu 6 einstellen. Moment, das wäre ja wieder 1,5. Sagen wir mal 5 zu 6. Oder, oder, oder. Ich kann das immer weitermachen. Im Prinzip ist das für alle Bruchzahlen möglich. Das wird dann nur sehr klein und macht eigentlich keinen Sinn mehr. Eine Sache kriege ich natürlich nicht eingestellt. Das wären jetzt irrationale Zahlen als Seitenverhältnisse. Das ist an der Stelle aber auch noch nicht so schlimm, weil irrationale Zahlen haben die Schüler zu diesem Zeitpunkt sowieso noch nicht. Also kann das Problem in der Schule nicht auftreten und dann ist das, was wir getan haben, noch die beste Begründung, die man eigentlich haben kann. Und zur Erinnerung, das war jetzt nicht die Universitätsvorlesung Elementargeometrie. Genau dieselbe Begründung gibt Frau Kracker den Lernenden zur gegenseitigen Erläuterung in die Partnerarbeit. Ebenso wie es Konkurrenz als definierte Eigenschaft und Konkurrenzsätze als zu beweisende Sätze gibt, gibt es auch Ähnlichkeitssätze, die man auf die Strahlensätze zurückführen kann. Nochmal zur Unterscheidung. Definitionsgemäß sind zwei Dreiecke ähnlich, wenn alle entsprechenden Seitenverhältnisse und alle Winkelgrößen gleich sind. Dass die Dreiecke sogar schon ähnlich sind, wenn nur die Winkel übereinstimmen, man also gar nicht mehr auf die Seiten schauen muss, ist hingegen ein Satz. Strahlensätze und Ähnlichkeit sind einerseits dann wieder wichtige heuristische Hilfsmittel zum Begründen, andererseits haben sie auch ganz praktische Anwendungen. Die oberen Anwendungen finden Sie auch heute noch in vielen Schulbüchern. Die ersten beiden Geräte nutzen den zweiten Strahlensatz, um die Skalen da anzubringen, wo sie vergrößert abgebildet werden können. Das Förster-Dreieck nutzt denselben Strahlensatz, um aus der Höhe des Baumes eine leichter zu Fuß zurücklegbare horizontale Entfernung zu machen. Die unteren beiden Abbildungen nutzen die enge Beziehung zwischen Strahlensätzen und Proportionalitäten. Nomogramme, also Rechenblätter, nutzt man heute eher selten. Es lohnt sich aber, sich das nach dem Video auf dem Folie mal genauer anzuschauen. Hier werden Prozentaufgaben zeichnerisch gelöst. Dasselbe ginge dann übrigens auch mit allen anderen Aufgaben der sogenannten Schlussrechnung. Auch den Satz von Pythagoras kann man über die Strahlensätze begründen. Ich will hier aber die Gelegenheit nutzen, Sie daran zu erinnern bzw. Ihnen eine Vorschau darauf zu geben, was wir in den Grundfragen des Mathematikunterrichts behandelt haben bzw. behandelt haben werden, wenn Sie es gehört haben. Mit Vollrat und Rot hatte ich Ihnen versucht nahezubringen oder werde ich versuchen, Ihnen nahezubringen, dass zum Erarbeiten von Sachverhalten, also Sätzen, Regeln oder Gesetzen, mehr bzw. anderes gehört, als den Lernenden den Satz samt majestätischem Beweis einfach so vor den Latz zu knallen. Sätze erarbeiten schließt auch Aktivitäten zur Entdeckung, also zur Satzfindung und zur Beweisfindung ein. Gerade beim Satz von Pythagoras ist das eine gewisse Herausforderung. Manche bezeichnen den Satz von Pythagoras als erste wirklich verblüffende und erklärungsbedürftige Aussage in der Elementargeometrie. Warum sollten die Längenverhältnisse in Dreiecken überhaupt etwas mit den Quadratflächen über den Seitenlängen zu tun haben? Wir schauen uns jetzt gleich einmal an, wie drei verschiedene Schulbücher versuchen, eine Entdeckung des Satzes von Pythagoras zu inszenieren, bzw. zumindest eine Wiedererfindung des Satzes Unterführung der Lehrperson, um es mal angelehnt an den großen alten Hans Freudenthal zu formulieren. Expedition Mathematik führt uns dazu ins alte Ägypten. Da ein Dreieck mit Umfang 12 genau dann rechtwinklig ist, wenn wir als Seitenlängen 3, 4 und 5 wählen, haben wir damit ein Zahlentrippel gefunden, das a² plus b² gleich c² erfüllt und einen rechten Winkel hat. Aber wie kommen jetzt überhaupt die Quadrate ins Spiel? Hier setzt Expedition Mathematik nun auf Führung. Uns werden einfach mal Quadrate mit ganzzahligen Seitenlängen vorgelegt und wir sollen jetzt schauen und versuchen, wann die zusammengelegt ein rechtwinkliges Dreieck ergeben und wann der Winkel jetzt kein rechter ist. Und dann werden wir nochmals geführt. Uns wird die Beweisfigur, die Sie vermutlich alle kennen, nämlich der sogenannte altindische Ergänzungsbeweis vorgelegt. Den halte ich für die Altersgruppe in der dritten Schulstufe auch wirklich für einen der geeignetsten Beweise, wobei Sie hier bitte unbedingt klären, warum alles, was hier ausschaut wie ein Quadrat, auch wirklich ein Quadrat ist. Sie erinnern sich vielleicht noch an die zwei Dreiecke, die in echt Vierecke waren und wo dann eben nicht alles zusammengepasst hat. Um sowas auszuschließen, muss man schauen bzw. besser gesagt argumentieren, dass bzw. warum da auch wirklich alle Seiten gleich lang sind und alle Winkel gleich groß sind. Wirklich genetisch im Sinne von durchgängig entdeckend war unsere Expedition aber nicht. Mit jedem Schritt der Reise hat uns Frau Kracker einen anderen suggestiven Knochen zugeworfen. Schauen wir mal, wie andere das machen. Etwas leichter entdecken lässt sich der Satz von Pythagoras bei gleichschenkligen rechtwinkligen Dreiecken, also für den Fall a Quadrat plus a Quadrat gleich c Quadrat oder eben zweimal a Quadrat ist gleich c Quadrat. Hier finden wir das Ganze eingekleidet als die Frage, wie lang man die Dachspannen machen muss, wenn der Giebel eines Hauses acht Meter breit und der Giebelwinkel ein rechter Winkel sein soll. Die entsprechende Länge wird dann zunächst zeichnerisch mithilfe des Satzes von Thales ermittelt. Anschließend wird sie rechnerisch über einen Zerlegungsbeweis und die Quadratwurzel ermittelt. Dem deutschen Schulbuch kommt da entgegen, dass der Satz von Pythagoras erst in der neunten Schulstufe unterrichtet wird und die Quadratdiagonale bereits zur Motivierung der Wurzeln, insbesondere der Wurzel zwei und der irrationalen Zahlen behandelt wurde. In Österreich haben wir aber den Pythagoras schon in der siebten Schulstufe, die irrationalen Zahlen aber erst in der achten Schulstufe. Wie klug das ist, sei mal dahingestellt. Also neuer Anlauf. Wir schauen mal in den Freistaat Sachsen, die haben ja auch immer so tolle nationale Testergebnisse. Keine Sorge, ich sexle jetzt nicht. Das Problem, was hier präsentiert wird, ist ein innermathematisches. Die Diagonalenlänge in Rechtecken soll rechnerisch bestimmt werden. Für Quadrate weiß man in Sachsen schon, wie das funktioniert. Wir haben also wieder die Idee, vier Quadrate zu zeichnen. Das Diagonalenquadrat ist genau halb so groß wie die vier Quadrate zusammen, weil wir vier von acht kongruenten Teildreiecken verwenden. Die Diagonale ist dann Wurzel zwei mal so lang wie die Seite. Ja, hm, ist jetzt auch wieder blöd, wenn man Wurzel zwei noch nicht kennt. Egal, wir schauen mal weiter. Wir versuchen dasselbe mit Rechtecken, legen also wieder vier aneinander. Klappt aber nicht, in der Mitte kommt eine Raute heraus, kein Quadrat. Über den Zusammenhang von Seitenlänge und Fläche der Raute wissen wir leider noch nichts. Das führt also erstmal nicht ans Ziel. Jetzt kommt also die clevere Idee bzw. der Deus ex machina. Wir drehen zwei der Rechtecke und lassen in der Mitte eine Lücke. Der Rest ist dann etwas algebra und heraus plumpst der Satz von Pythagoras, wobei das gewohnte C hier halt D heißt. Ist insgesamt zwar etwas genetischer als die ständigen Kontextwechsel bei Frau Kracker, fordert aber leider auch ein halbwegs behendendes Umgehen mit Wurzeln und taugt daher für Österreich nur sehr bedingt. Wir nehmen einen netzten Anlauf und beginnen wieder mit dem Spezialfall gleicher Kathetenlängen. Weil wir noch gar keine Wurzeln haben, fragen wir erstmal gar nicht nach den Längen der Seiten, sondern überhaupt nach Flächen. Aufgabe für die Kids ist jetzt also, wie macht man aus den zwei Quadraten ein einziges, das denselben Flächeninhalt hat wie die beiden Quadrate zusammen? Das sollte man am besten erstmal mit Pappquadraten anfangen und mit der Schere. Erst danach geht es dann an den Computer. Wir beginnen hier zunächst wieder mit der Idee, die Quadrate jeweils wieder in zwei konkurrente, rechtwinklige Teildreiecke zu unterteilen. Jetzt drehen wir die Dreiecke noch jeweils von oben nach da unten hinein. Dann sehen wir, dass das große Quadrat tatsächlich dieselbe Fläche hat wie die zwei kleinen Quadrate zusammen, weil sich beide jeweils aus vier konkurrenten Dreiecken zusammensetzen. Wir hätten also im Prinzip wieder zweimal a² ist gleich c². Was passiert jetzt, wenn die zwei Quadrate am Anfang unterschiedlich groß waren? Wir wollen jetzt zum Beispiel aus der Summe der Flächeninhalte von diesem Quadrat hier und diesem Quadrat hier wieder ein neues Quadrat erstellen. Dann funktioniert unser altes Verfahren nicht mehr ganz. Hier unten entsteht leider ein Fünfeck und kein Quadrat. Jetzt ist das hier schon relativ suggestiv, wenn ich hier oben anders abschneiden würde, also nicht genau die Diagonale jeweils von den beiden Quadraten nehme, sondern so etwas schief in das andere Quadrat hinein, dass ich dann vielleicht das schaffen würde, dass da unten die beiden Ecken der Dreiecke wieder aufeinander zu liegen kommen und tatsächlich wieder ein Viereck, vielleicht sogar wieder ein Quadrat entsteht. Ich stelle das jetzt hier oben mal genau auf 3 und 4 ein. Dann haben wir schöne glatte Zahlen und sehen gut, wann sich das da unten schneidet. Jetzt schauen wir mal, ob wir den Punkt finden. Ich schiebe das hier mal so langsam rüber. Die kommen sich da unten immer näher und wenn ich das genau hier einstelle, dann stoßen jetzt hier unten wieder die Ecken aneinander. Jetzt müssen wir uns gleich noch überlegen, ob das hier auch wirklich ein Quadrat ist. Erstmal, wo haben wir das Ganze geteilt? Ich habe jetzt hier oben vier Einheiten zur Seite genommen, also genau die Länge von dem anderen Quadrat. Damit entstehen hier oben konkurrente Dreiecke und jetzt kann man wieder sehr leichen. Die beiden Dreiecke sind konkurrent. Da stoßen wieder gleiche Ecken aneinander und damit haben wir da tatsächlich auch wieder den 90 Grad Winkel in der Mitte. Wir haben dieselben Seitenlängen. Unten sind noch mal die Dreiecke gedreht. Also haben wir da auch wieder konkurrente Dreiecke und in Summe auch wieder 90 Grad und dieselben Seitenlängen. Und damit ist das in der Mitte da tatsächlich das C-Quadrat. Ja, und nun sind wir eigentlich wieder beim altindischen Ergänzungsbeweis, außer dass da unten ein bisschen was fehlt. Im Unterschied zur Expedition nach Altägypten haben wir aber weit weniger Kontextwechsel und Einhilfen verwendet. Jedenfalls dann, wenn die Lehrenden wirklich selbst auf die entsprechenden beiden Ideen gekommen sind, die wir da benutzt haben. Ganz ohne Führung klappt das auch hier wohl nicht. Es wäre aber auch ein Missverständnis zu meinen, die Lehrperson hätte bei genetischen Lehrprozessen gar keine Aufgabe mehr. Nicht reden möchte ich heute über den klassischen Beweis der Satzgruppe, über Strahlensätze bzw. ähnliche Teildreiecke. Bei mir ist der im Skript zur Elementargeometrie drin. Ich gebe Ihnen den in die Folien hier hinein, falls Herr Kadons den nicht sowieso auch gemacht hat. Und über die Umkehrung rede ich aus Zeitgründen auch nicht wirklich weiter. Es sind aber zwei Schulbuchbegründungen in den Folien enthalten. Die erste hier ist aber für die siebte Klasse eher ungeeignet. Die hier, die zweite, die kann man vielleicht schon eher benutzen. Schauen Sie sich das mal in Ruhe noch durch. Und nun ist es wieder Zeit für einen kurzen Zwischentest. Wir beschließen die Ebene Geometrie mit der Kreismessung. Das ist bekanntlich die erste Stelle, wo man in der Geometrie zumindest implizit ein Grenzwertargument benötigt, denn durch endliche Zerlegung in Dreiecke kommt man dem Kreis zwar beliebig nahe, aber eben nie wirklich ganz hin. Während man lange Zeit zumindest endliche Iterationsverfahren thematisiert hat, finden sich in aktuellen Schulbüchern bisweilen für den Umfang überhaupt nur zwei Näherungsschritte. Quadrate und Sechsecke. Von innen und von außen und dann fliegt halt das Pi herbei. Aus der Lehrstoffangabe, Schranken für Umfang und Inhalt des Kreises angeben, lässt sich aber wohl zumindest nicht ableiten, dass man nicht auch mehr als mit einem Sechseck annähern darf. Zumal das alles Vorübungen für die Integration sind, im Sinne der Anschlussfähigkeit also auch etwas für die Oberstufe getan werden kann. Das Mindeste, was Sie hier tun können, ist die traditionelle archimedische Näherung durch 2 hoch N Ecke mit DGS herzuzeigen. Eine Iteration wird daraus aber erst, wenn Sie sich fragen, wie man zum Beispiel aus den bekannten Maßen für das, sagen wir mal, 8-Eck auf die Maße für das 16-Eck kommen kann. Und da brauchen Sie dann in der Tat auch wieder den Pythagoras bzw. die Kathetensätze. Ich gebe Ihnen da die Herleitung mal auf die Folie, erkläre die aber hier nicht im Einzelnen. Hat man die Formeln erstmal, könnte man jetzt die Zahlenrechnerei bei der Literation zum Beispiel auch wieder sehr gut an eine Tabellenkalkulation weitergeben. Die wäre in GeoGebra sogar direkt eingebaut. Ich war da jetzt nur zu faul, das jetzt auch noch in meine Animation mit hereinzunehmen. Okay, jetzt aber Flux in den R3 gewechselt. Da führt jetzt kein Weg vorbei, wir müssen uns den Raum anschauen bzw. ihn uns sogar vorstellen. Ich hatte ja in Lektion 1 etwas gespöttelt, dass Raumvorstellung so eine Art Joker ist, der immer daher vorgeholt wird, wenn Not am Mann ist, um den Geometrieunterricht zu legitimieren. Und irgendwie findet das eh jeder gut, aber alle meinen ein bisschen was anderes. Jedenfalls gibt es da auch einiges zu in der Intelligenzforschung und in der Psychologie überhaupt. Einiges davon schon recht alt, einiges davon schon wieder überholt und nicht alles hat wirklich konkrete Bezüge zum Mathematikunterricht im engeren Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Ganz gut gefällt mir hier das Vier-Faktoren-Modell, das sich die Arbeitsgemeinschaft Didaktische Innovation für Geometrie ausgedacht hat. Sogar so gut, dass ich Ihnen das mal direkt in die Pflichtlektüre gebe. Der Kollege Thomas Müller aus Wien hat da vor zwei Jahren einen schönen Lehrerbildungsvortrag zugehalten. Den gebe ich Ihnen da dann halt direkt zu lesen. So, was ist jetzt konkret im Mathematikunterricht in der räumlichen Geometrie angesagt? In der ersten Klasse steht da vor allem der Vorstellungsaufbau im Vordergrund. Körper sollen in Bildern und Zeichnungen wahrgenommen werden und mit mathematischen Bezeichnungen beschrieben, zum Beispiel Ecke, Kante und Fläche. Für Quader und Würfel kommen dann auch schon das Anfertigen von Schrägrissen dazu. Konstruiert im engeren Sinne wird hier eher noch nicht. Es wird etwas hemmsärmlich das Koordinatengitter hergenommen, ohne dass hier näher auf die Hintergründe der Darstellung und auf die Figuren, die man da verwendet, eingegangen wird. Das passiert vielleicht eher in GZ, wo man dann lernt, dass Risse allesamt Parallelprojektionen sind, die zwar nicht so anschaulich sind wie die unserer unmittelbaren Raumwahrnehmung näher kommenden Zentralprojektionen, aber noch verhältnismäßig gute Kompromisse. Kompromisse zwischen Maßtreue, eingeschränkter Formtreue, Einfachheit der zeichnerischen Darstellung und Anschaulichkeit. Ja, trivial sind diese Darstellungen, aber selbst für Würfel durchaus nicht, wie diese Zeichnungen aus einem Projekt von Hans-Georg Weigern zeigen. Da müssen Sie wieder mitdenken, das ist Deutschland, also wenn da jetzt steht, sechste Klasse, meint das sechste Schulstufe. In der dritten Klasse, in Österreich, werden die Schrägrisse dann für Prismen und Pyramiden wieder aufgegriffen. Hier kann man dann auch von Konstruieren zumindest in dem Sinn reden, dass ein regelgeleiteter Umgang mit ausgewählten Zeichengeräten stattfindet. Zudem wird man sich das Bauprinzip dieser Darstellung näher ansehen, wobei dann auch die idealen Figuren im Hintergrund mitbedacht werden müssen. Anders als beim Haus der Vierecke spielen Beziehungen zwischen Körpern, insbesondere dieser Ober- und Untermengenbildung, in der Raumgeometrie eine eher kleine Rolle. Der Kanon und die Abfolge sind hier in Deutschland und in Österreich im Wesentlichen gleich. Würfel, Quader, dann Prisma, dann Pyramide, dann Drehzylinder und Drehkegel und schließlich die Kugel. Wobei hier Würfel Spezialfälle von Quadern sind und Quader selbst dann wieder Spezialfälle von Prismen. Der Rest ist aber wirklich eine echte Partition. Eine eher untergeordnete Rolle spielen im Übrigen auch die regulären platonischen Körper, die man als Verallgemeinerung des Würfels auffassen kann, eben für andere reguläre Vielecke als Seitenflächen und die damit auch einen gewissen Reiz hätten. Als Grundobjekte zur Beschreibung alltäglicher Gegenstände mag man aber mit den Körpern auf der vorigen Folie in der Tat deutlich mehr anfangen. Das Hauptaugenmerk des Lehrplans liegt bei den Körpern auf Volumensberechnung. Würfel und Quader dienen dabei vor allem einmal der Begriffsbildung des Volumens. Analog zur Fläche wird durch Einheitsfiguren, in diesem Fall Einheitswürfel, ausgelegt. Mit der Idee der Zerlegung in Dreieckiges, die wir von den Flächeninhalten schon gewohnt sind, erhalten wir dann auch Formeln für das Volumen vom Prismen. Tatsächlich trägt die Idee der Zerlegung auch noch teilweise für Pyramiden, jedenfalls solange man unterstellt, dass deren Volumen eigentlich nur von deren Grundfläche und deren Höhe abhängen kann. Man arbeitet da entweder mit Modellen oder wie wir hier jetzt ersatzweise dann mit dynamischer Geometrie. In diesem Bild haben die rote und die blaue Pyramide genau dieselbe Grundfläche des umgebenden Prismas, ebenso dieselbe Höhe. Die beiden Teilkörper sind also kongruent. Ich kann das auch mal ein bisschen drehen, damit Sie das besser sehen. Ich kann die auch so etwas auseinandernehmen, dann sieht man das noch etwas besser. Problemfall ist jetzt so ein bisschen die grüne Pyramide. Die ist nämlich nicht kongruent zu der blauen und der roten Pyramide. Ich drehe das Ganze jetzt mal auf die Seite und mache die blaue Pyramide weg. Dann können Sie sehen, dass die rote und die grüne Pyramide zwar nicht kongruent sind, aber jedenfalls doch wieder die gleiche Grundfläche in dieser anderen Drehung haben und dann eben auch wieder dieselbe Höhe. Sie sollten also wohl auch dasselbe Volumen haben und damit haben dann alle drei Teilpyramiden das gleiche Volumen. Wir zerlegen also das Prisma in drei Volumen gleiche Pyramiden, die also wieder jede ein Drittel des Volumens des Prismas haben wird. Ja und damit ist die Formel dann hergeleitet. Eine Alternative zu dieser auch in Schulbüchern zu findenden Argumentation, schauen Sie mal unten, das sind genau unsere Prismen und Pyramiden von vorhin, ist dann noch Schüttversuche zu benutzen. Ein wenig offen bleibt an dieser unteren Argumentation, inwiefern denn das Argument, dass Körper mit gleicher Höhe und gleicher Grundfläche volumengleich sein sollten, auch dann gilt, wenn diese Figuren nach oben hin spitz zulaufen. In deutschen Schulbüchern findet sich hier an dieser Stelle zum Teil noch das Cavalieri-Prinzip. Es besagt, dass Körper mit in jeder Höhe flächengleichen Schnittflächen stets auch dasselbe Volumen haben. Anschaulich macht man sich das zunächst am besten am Vergleich gerader und schiefer Körper. Ich kippe hier mal den rechten Körper. Jetzt passen diese kleinen Teilquader da nicht mehr genau hinein, aber annähernd sollte der eigentlich dasselbe Volumen haben, wie der gerade Quader auf der linken Seite. Ich könnte die Quader aber jetzt dünner und dünner machen, bis ich schließlich bei Flächen bin. Dann würden aber beide Körper, der gerade und der schiefe, aus unendlich dünnen Quadern bestehen und zwar genau aus gleich vielen und auch aus Konkurrenten und damit sollte dasselbe Volumen da sein für diese beiden Körper. Ja und das ist dann genau das, was auch der Satz von Cavalieri sagt. Nämlich umgekehrt argumentiert, wenn zwei Körper in jeder Höhe flächengleiche Schnittflächen haben, dann stimmt auch das Volumen der beiden Körper überein. Wir gehen noch mal zur roten und grünen Pyramide von vorhin zurück. Wegen dem zweiten Strahlensatz müssen die beiden in jeder Höhe flächengleiche Schnittflächen haben, also sind sie wirklich volumengleich. Spätestens beim Volumen des Zylinders brauchen wir ein Nährungsargument zwingend. Ohne Cavalieri-Prinzip könnten wir wieder durch Dreiecksprismen annähern. Wir wiederholen da eigentlich nur noch mal die Zerlegung der Kreisfläche. Wobei das Zerlegen zu Tortenstücken, wie das hier zu sehen ist, die dann wieder zu einem annähernd quadaförmigen Gebilde zusammengelegt werden, eine ganz nette Variante darstellt. Dasselbe Spiel wiederholt sich mit Pyramiden als Nährungsfiguren dann noch für die Drehkegel. Eleganter ist auch hier die direkte Argumentation mit dem Cavalieri-Prinzip. Wir geben zu einem Kegel eine Pyramide dazu, deren Grundfläche genauso groß wie die Kreisfläche sein soll. Wegen dem zweiten Strahlensatz haben jetzt beide Körper wieder in jeder Höhe jeweils gleich große Schnittflächen, sind also volumengleich. Also hat auch der Kegel die Volumenformel ein Drittel Grundfläche mal Höhe. Um zum Schluss zu kommen. Spätestens dann, wenn Sie einsehen wollen, wie die Formel für das Kugelvolumen zustande kommt, aber keine Rotationskörper und Integralrechnung verwenden wollen, brauchen Sie das Cavalieri-Prinzip. Hier leihe ich mir mal ausnahmsweise eine fertige Animation von GeoGebraTube aus und mache das nicht selber. Das Argument ist hier ein bisschen finkliger. Wir nehmen erstmal einen Zylinder, der ist genauso hoch wie eine Halbkugel und hat dieselbe Grundfläche. Jetzt schneiden wir aus diesem Zylinder einen Drehkegel heraus und betrachten jetzt den Restkörper. Der Restkörper hat zwei Drittel Grundkreisfläche mal höher als Volumen, weil drei Drittel war der Zylinder und ein Drittel war der Kegel, der Rest ist also zwei Drittel. Zudem ist tatsächlich in jeder Höhe die Schnittfläche der Kugel genauso groß wie der Kreisring rechts. Da muss man wirklich noch ein bisschen was argumentieren oder man glaubt das dem GeoGebra einfach. Sie sollen das natürlich nicht dem GeoGebra glauben, Sie sollen das mal nachrechnen, warum das stimmt. Damit hat jetzt die Halbkugel aber genau dasselbe Volumen wie dieser Restkörper, also zwei Drittel Kreisfläche mal Höhe und die gesamte Kugel hat dann die berühmten vier Drittel Kreisfläche mal Höhe. Und damit habe ich wieder Feierabend und Sie haben noch den Abschlusstest und dann folgt noch der Abspann. Viel Erfolg! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017